Sehr gut. Alle zusammen gegen den Schicksal. Du, aber jetzt mal ernsthaft, das ist doch hier wirklich unerträglich, oder? Das ist doch brutal. Aber es ist vor allem viel kleiner, als ich befürchtet habe. Ja, viel kleiner und... Das ist ein rechter Screamer. Oh. Oh, kannst du vergessen. Wie heißt du? Lörchi, oder wie? Schnappi. Schnappi? Witzig. Bist du live, oder was? Was geht dich das so an? Wer bist denn du bitte? Oh, langweilig. Also, wir werden hier eingegreist. Jetzt ist mein letztes Spiel vorbei, ne? Er ist der Coole. Er ist Mr. Cool. Wir wurden entdeckt, jetzt könnte wieder gehen. Nein, doch. Jemanden zu finden, der sich interviewen lässt, oder? Ich habe vorhin ein paar gehabt. Ja, aber mit uns als Leute hinten dran wird es fast unmöglich. Ich glaube, ihr findet hier niemanden, wo ihr die S und Ös rausschneiden könnt. Oder geht es total vergessen. Du kannst es total vergessen. Ja, es war leid, ich komme nach. Ja, doch, ich bin so krass. Guck auf, der hat das digital-dank-drunde ist. Das ist ja toll. Machen wir auch mal, die Appa. Da habe ich nur noch einen noch nicht geboren, guter Mann. Was ist denn jetzt für eine idiotische Frage? Ich finde, dass Ihre Fragen ziemlich sinnlos sind. Ich bin ja ausgegangen, weil es geht nur darum, weil Jan ja eben gerade uns angegangen und alles, dass ihr vielleicht, Jan, bin ich ganz weit weg von uns. Ey, hör mal auf jetzt. Jetzt, 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 nach mal. Digitaler Kronis. Halt mal Abstand, ja. Geh mal weg. Ich meine, sympathischer geht es halt einfach nicht, ja. Sympathischer geht es halt einfach nicht, bleib hier, bleib hier. Sympathischer geht es halt einfach nicht, ja. Also da ist die S-Bahn. Die S-Bahn ist ganz in der Nähe. Und diese Idioten hier, ja. Es ist so primitiv, ja. Ich muss echt drüber lachen. Es ist schnell verlaufen. Oder die Rechter. Nö, ist nicht verboten. Ja, das muss die Demokratie aushalten. Da ist die F-Bahn. Es ist halt manchmal so. Ja, genau. Irgendwann ist halt Schluss. Äh. Es ist auch wichtiger, dass wir hier alle zusammenstehen.